Hallo Kinder, so jetzt bin ich ein bisschen höher auf den Berg hochgegangen und jetzt sind wir noch ein bisschen näher dran an der Lava und hier sieht man wie die Sachen runterbrechen, hier ist die Zunge des Lavastroms, wie man es so nennt und der ist hier ganz langsam, aber hier sieht man wie er sich langsam vorwärts pusht und vorwärts drückt und weiter oben sieht man die Lava, wie sie richtig fließt in den Kanälen und die, die fließt, die geht dann bis zur See runter, bis zum Ozean und die baut dann diese Plattform aus, so ein Lava-Delta nennt man das. So, bei mir wird gerade ein bisschen warm hier am Popo und ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg und da kommt auch ganz schön viel runter, aber ich hoffe, das war mal interessant und hier sind wir relativ nah am Vulkan, aber deswegen ist es auch fürchterlich heiß hier. So, macht's gut, bis später!